Ich wäre runtergefallen. Also so ganz runter. Ganz, ganz runter. So richtig? Ja, Lötboxen hin oder her. Was will diese 11 Abonnenten haben? Die sind ja schon zweistellig. Ja, was heißt Abonnenten? Eher Follower. Ja, ist es nicht das gleiche? Nee, nicht ganz. Wir müssen jetzt Abonnenten auf Twitch bezahlen. Aha. Folgen ist gratis. Und abonnieren können die bei mir aber auch noch gar nicht erst machen. Abgesehen davon. Da muss ich erst... Müsste ich erst Auflagen erfolgen? Ich dürfte auch noch gar kein Geld nehmen. So, donations. Bei manchen Twitch-Streamers. Dürfte ich noch gar nicht. Weil ich... Eigentlich... Du musst das ja niemandem sagen, dass du donations nimmst. Na, das Problem ist, da müsste ich das ja richtig anmelden. Das wird wohl auch erst mal nichts passieren. Ja. 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 Die Tracer ist ja immer noch dahinten. Die friert aber auch nicht ein. Ja, ich bin May. Ja, nee, aber Tracer einfrieren konnte ich auch vorher schon nicht. Also ja, ich weiß, dass wir einen Einfriereffekt schwächer gemacht haben. Aber ich meine, man konnte Tracer ja vorher schon kaum einfrieren. Mittlerweile geht's dann halt gar nicht mehr. Also gefühlt gar nicht mehr. Leute, die besser spielen können als ich, schaffen das bestimmt trotzdem noch. Hany, was machst du eigentlich? Oh, du bist eine Diva. Oh, du bist eine Diva. Jemand schieft? Natürlich nicht. Doch, du. Ja, die hat drei Leute auf den Punkt gesehen. Du standst halt zufällig mit dabei. Wir haben aber noch ein Viererteam, wir haben nur zwei Zweierteam. Nein! Und Schussbisschen. Vomga ist hinter euch. Was ist das? Ach, der meinst du? Farmer. Genau. Alles klar, ich hab was anderes verstanden. Was Unanständiges? Nee, irgendwas Drama. Drama? Ja, was da ist. Hätte ja sein können, dass das wirklich ein Spieler ist, den du kennst. Der ist hinter dir. Ich kenn doch keine Leute. Vielleicht ja doch. Kennst du ja auch mich? Du bist alle Leute? Ich bin Leute. Nee, mehrere gleich noch. Oh, Entschuldigung, ich hab dich eingesperrt. Ja. Ist das dein Vorsicht? Ja. Na, ich hab dich auch hier. Noooohl, sie rätzt! Ich schlafe. Ich bin tot. Aber sie konnten mich nur zu zweitfällern. Allein haben sie keine Chance, du nicht. Natürlich nicht. Ich bin einfach zu jung um zu sterben. 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 Na, bis da! Das sei... Oh Gott, das ist ein bisschen gespeckt. Jugo frei! Oh, komm! Taka taka! Schon wieder eine Baby-Kiwabe. Ich schieb mal ein bisschen an der Fracht. Ich war in der Muckibude. Der Bastion hat schon wieder seine OIT. Mative Waffe. Ja, bringt ihm aber nicht. Ja. Der ist auch immer noch hinter uns. Ich denke, der ist gestorben. Was? Nee. Also ja, der wurde doch aber gerettet. Das ist doch Kaka. Nein, Yata. Waffe. Das ist doch aus der R Winter-Kampp, also hier ist kein Du noch. Das ist doch ein du noch. Waffe, das ist doch ein Du noch. Ich bin in derentiere, du lass es ja wieder zu ner. Das ist er nicht so zu ner. Ich weiß gar nicht, das ist ja nichts. Ihr schafft das, oder? Ich bewege mir die Fracht ein bisschen. Wisst. Ach, die ist schon so weit vorn? Ich bin... Ihr kämpft dahinten und ich bewege die Fracht. Schick. Gigi. Naja, das haben sie sich verdient. Wer nicht auf die Fracht aufpasst, hat Pech gehabt. Wieso hast du denn auf die Eismann geschossen? Ah, nein, der war davor. Dachte ich. Zumindest.